Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Kingsport Leuchtturm. Und ja, unsere Idee war vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist mal was anderes, was wir da so bauen, wenn wir hier irgendwann nochmal vorbeikommen und über die Bank springen und dann weiterbauen da oben. Warum sind wir so schnell? Hier nämlich. Oh ja. Und hier kann ich jetzt nur hoffen, dass es jetzt etwas besser klappt. Also, dass wir nicht nochmal eine Schablone und dann noch eine Schablone und noch eine Schablone bauen müssen, sondern dass wir die Teile jetzt gleich hier dran bekommen. Ja. Ach so, um die Ecke könnten wir auch... Nee, das... Nee. Nein, ach Quatsch, Ecke. Nein, nein, so um die Ecke wollen wir nicht. Jetzt fällt mir gerade auf... Dass wir... Also, der Satz hat ein Ende, liebe Welt da draußen. Ja, mir fällt gerade auf, dass wir hier jetzt noch gar nicht die Teile eingesetzt haben. Kriegen wir das denn noch hin? Hier dazwischen hierzu ein Teil zu bauen. Das ist doch das Falsche. Wir müssen doch das Richtige nehmen. Oh nein. Das will nicht. Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn wir hier ein Dach draufsetzen würden und dann... das hier am Dach andocken lassen würden. Das wäre mit Sicherheit dann einfach... Herr Jutz sagt nicht, das geht nicht. Na doch, das sagt es uns gerade. Versucht es uns, das weiß zu machen, dass es nicht geht. Oh. Aber das wird schön. Das wird so schön. Tach. Da müssen wir unbedingt ein Foto von machen dann. Ja, es... Es... Warum? Ja. Okay. Oh. Also, die wieder rausnehmen und dann... Ja, ich verstehe schon. Wie weit sind wir denn hier? Schwer zu sagen. Noch sind wir nicht am Wasser. Der Wasserturm. Na, der kommt dann auch noch. Und... Wie haben wir das denn gemacht? Erstmal können wir hier die zweite Etage hier schon mal draufsetzen. Ja. Ja, das will nicht so, wie wir wollen. Ja, das wäre es natürlich, wenn das jetzt nicht passen würde. Aber so... So, können wir das Dach ja schon mal draufsetzen. Oh. Dach. Schön. Ja, aber was ist jetzt hier mit... Wieso hat denn das da so Probleme hier? Ja, das würde falsch rum, würde es gehen. Richtig rum nicht. Und wenn wir hier jetzt noch ein Dach draufsetzen, so eins. Nein, auch nicht. Vielleicht können wir das aber dennoch irgendwie einfacher haben. Nee, das gibt doch nichts. Na, dann müssen wir das so wie in der letzten Folge mit dieser... ...riesen Schablone machen. Dass das dann weiter nach unten geht. Dann müssen wir das wieder abbauen da vorne. Schade, das steht doch jetzt gerade so schön. Ja, aber wenn es anders nicht geht. Hm. So, reicht das denn nicht schon? Dann brauchen wir gar nicht so viel hier. Immer auf- und abzubauen. Vielleicht reicht das. Ah, ja. Ah, sehr schön. Har. Und so weiter. Ja. Hauptsache es lübt. Und das passt alles schön. Ich glaube, einmal schräg weiter runter könnten wir. Wir gucken mal, wie das optisch wirkt von außen. Noch einmal weiter schräg runter oder geben wir schon gerade? Ich glaube, einmal weiter schräg runter ist schon okay. Das könnten wir noch einmal machen. Ja, ich bin ziemlich sicher. Einmal noch. Dann kommt der Turm. Oh, das wird schön, Curry. Das wird schön. Hier rüber, da rauf und hier rum und über die Bank. Und ja, den Weg kennen wir schon. Wie sieht es aus mit unseren Händlern? Sind hier schon welche eingetroffen oder haben die es noch nicht so? Ja, die haben es noch nicht so ganz raus. Na, noch kein Treppenhaus hier drin. Vielleicht bauen wir wirklich einen Aufzug dann hier rein, um Platz zu sparen. Na, jetzt fällt mir gerade ein, wir hätten ja hier für das hätten wir vielleicht doch die anderen, diese Stallstrukturen hätten wir nehmen können hier. Gibt es denn hier was Schräges? Ja. Das können wir ja immer noch. Wir können das ja kombinieren. Wir können ja oben Holz nehmen, unten drunter Wellblech zum Beispiel. Ja, ich glaube, das werden wir dann sogar tun. Wenn wir das nachher noch gut ausgetauscht bekommen, werden wir das wahrscheinlich machen, damit es so ein bisschen lockerer aussieht. Von der Optik her. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier nochmal eine Schablone hinbauen. Ach Gott, wir könnten bestimmt auch hier die großen Wände nehmen, aber jetzt haben wir so viele kleine schon eingelagert. Bleiben wir mal dabei. Das sollte sogar schon reichen. Und das auch. Ja, und wir gucken gleich jetzt mal, wie das überhaupt wirkt, wenn wir oben Holz dann draufsetzen. So nämlich. Geht gar nicht. Aha. Ja, das ist mir jetzt auch neu, dass diese Teile, das ist zum ersten Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass das nicht miteinander kompatibel ist. Das sind dann mit Sicherheit hier aber auch die einzigen Teile, die nicht miteinander kompatibel sind. Also was anderes ist mir da noch nicht aufgefallen bisher. Bis jetzt haben die Lagerhausstrukturen und die Stallstrukturen an und für sich immer ganz gut zusammengepasst, aber hier merkt man, das möchte nicht so zusammengesetzt werden, aber das hier schon. Ja, mehr wollen wir doch eigentlich auch nicht. Na ja, gut, dann lassen wir das mit den Stallstrukturen. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber so haut das doch jetzt wunderbar schon hin. Oh, das hätten wir vielleicht, na ja, egal, können wir ja wieder dran setzen. Ansonsten hätten wir das gleich da lassen können, wenn wir da nochmal etwas tiefer gehen wollen. Das müssen wir aber gleich mal gucken, wie das wirkt alles. Und hier nehmen wir mal so olle Bretter. Hier wurde das so ein bisschen repariert. Moment, vielleicht mal so rum. Ach, guck an. Ja, habe ich mir auch überlegt, das wäre gar nicht so schlecht mit so einem Geländer, wo man sich dann festhalten kann. Aber da kann man ja keine Fässer oder was mehr runterrollen. So könnte man sagen, wir rollen von da oben nach da unten irgendein Fass mal runter. Ins Wasser rein. Ja, wir müssen sogar noch etwas weiter gehen. Ich finde, einmal dürfen wir noch. Und dann können wir den Wasserturm bauen. Den Turm ins Wasser reinsetzen. Zack. Ja, wir gucken aber dennoch einmal von draußen, außen, wie das aussieht, von außen, draußen. Oh! Ja, in der Tat. Also eins ginge noch. Eins geht noch optisch, finde ich. Oder wir gehen um die Ecke. Also wenn wir hier jetzt nach links dorthin gehen, in diese Richtung, das ginge vielleicht auch noch. Immer mit der Ruhe, Curry. Wir sind noch nicht dran. Wir sind noch nicht wieder auf Erkundungstour. Das kommt aber demnächst wieder. Wenn wir hier fertig sind, wahrscheinlich. Wie hast du das gemacht? Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also einmal bauen wir da eben das noch dran weiter. Dann geht es noch etwas weiter nach unten. Und ja, dann kommt der Turm, der Kleine. Vielleicht wird er aber auch ein bisschen größer, habe ich mir jetzt ganz spontan schon wieder überlegt. Denn so ein kleiner Turm, damit können wir ja gar nicht so viel anfangen. Wenn der etwas größer ist, so zweimal zwei, da kann man doch schon ein bisschen mehr draus bauen dann. Und Platz genug hätten wir doch hier unten mit Sicherheit. Bauplatz. Es würde knapp werden, wenn wir das so bauen wollen würden. Ja, einmal müssen wir noch nach unten gehen. Sonst hätte ich gesagt, dann müssten wir, wenn wir das so zweimal zwei groß bauen wollen, dann müssten wir jetzt schon anfangen und hier die Fundamente reinsetzen zum Beispiel. Vorbei, Fundamente werden es dann wahrscheinlich eher nicht sein, die wir da reinsetzen. Wir wollen ja den Platz auch nutzen. Wir wollen ja den Platz auch unterstützen. So sollte das aber reichen von der Entfernung. Jetzt landen wir bestimmt unten im Wasser. Wenn wir jetzt nach unten bauen. Ja, das sieht doch gut aus. Die industriellen Wasseraufbereiter. Ja, es tut mir leid. Wir haben, glaube ich, genug Wasser aus anderen Siedlungen. Also darauf können wir bestimmt jetzt verzichten. Aber vielleicht können wir auch drüber hinwegbauen. Mal sehen. Ja, müssen wir denn jetzt gezwungenermaßen hier diese Gerüstböden nehmen? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir können auch ganz gut hier so etwas nehmen. Ja, könnte sogar passen. Nicht schlecht. Da könnte sogar noch mehr gehen. An dieser Seite wohl eher nicht. Oder doch? Echt? Hm. Okay. Der soll ja auch noch nach oben dann wieder gehen, der Turm. Also, wenn wir hier so weit rausbauen können, dann glaube ich schon, schauen, dass wir das auch machen werden. Das wird cool. Schön, schön. Ja, das ist aber auch wirklich wieder an den Rand, bis an den Rand gebaut hier. Aber wir könnten etwas anderes jetzt machen. Nein, können wir auch nicht. Ich dachte, wir könnten jetzt die halben Platten nehmen, weil wir die halben Platten, also wenn wir hier eine halbe Bodenplatte dran bringen, anbringen und dann hier eine halbe, dann haben wir ja wieder eine ganze. Aber da ist das alte Problem, wir haben ja keine halben Wände, also von der Breite keine halben Wände wieder. Nur die Betonteile und das sieht ja nicht aus. Ja, oder sowas hier. Ja, das wäre ja halb. Nee, 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 wir machen das jetzt hier zu. Erstmal machen wir das hier schön zu. Ja, so ungefähr soll es dann aussehen. Und ja, man kann hier natürlich, Moment. Ach, das wird knapp. Sonst hätte ich gedacht, man könnte hier eine Tür reinsetzen, damit man nach unten kann noch. Vielleicht hier. Ja, nein. Eine Tür reinsetzen, dann schön mit ihr wisst schon. Mit einer Treppe, die dann da irgendwie runterführt. Ja, aber vielleicht lassen wir die Idee mal. Vielleicht können wir uns da ja doch noch irgendwas zusammenbasteln, dass wir hier dann runterkommen. Und hier auch. Ja, lassen wir uns mal die Möglichkeit offen und bauen hier gleich eine Tür rein. Und Treppe nach oben einmal. Ja, was wir machen könnten und wahrscheinlich dann auch tun, wir könnten hier so einen Balkon ringsrum laufen lassen. Aber jetzt schauen wir uns das erst noch mal von außen an und in der nächsten Folge überlegen wir uns das, und wie wir das dann oben noch schön machen. Na ja, gut. 3D-technisch sieht es jetzt gerade nach nichts aus, muss ich sagen. Turm, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was dran basteln. An dem Turm, da wird noch was passieren. Also unten jetzt da an diesem Wasserturm das Ende dort. Ja gut, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 continually d